Hallo, in diesem Video geht es um den Choral Wie soll ich dich empfangen von Bach aus dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums und zwar um den Alt. Eins, zwei, drei. Gleich nochmal den Anfang. Nach dem Abschnitt noch ein paar Mal hintereinander. Noch einmal. Und einmal noch. Wiederholung mit dem zweiten Text. Eins, zwei, drei. Die Fackel bei ist auch nochmal so eine ganz heikle Stelle bei euch. Ich senke die bitte. Die Fach, die Fach heal bei euch. Nochmal. Nochmal. Mal. Und einmal noch. Ab. Oh Jesu, Jesu. Ein paar Takte zurück. Drei, vier. Weiter. Ach, nur die letzten fünf Töne. Wissend sein. Nochmal. Mir kund und wissend sein. Noch ein paar Töne mehr. Nochmal hier. Und nochmal zwei Takte früher anfangen, damit was dich ergötzt. Jetzt noch einmal das ganze Stück ohne Unterbrechung von vorne. Eins, zwei, drei. 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 Das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das nächste Video zum Weihnachtsoratorium findet ihr hier. Ciao. Vielen Dank.